Im neuesten Video von Sarah Harrison und Ehemann Dominik, beiden 29, steht für Baby Kyla, 6 Monate, ein großer Termin an, ihre Tochter bekommt Ohrringe. Für einige Fans ein absolutes Nuss. Schon bei Mia Rosa Harrison löste das Thema Ohrlöcher im sehr jungen Alter einen heftigen Shit. Nun ist auch die kleine Kyla mit gerade mal 6 Monaten an der Reihe. Ihre Entscheidung begründet Sarah in einem neuen YouTube-Video wie folgt. Auch Papa Dominik ist vom Ergebnis begeistert. Es ist vollbracht. Kyla, es steht ihr einfach perfekt, so der 29-Jährige. Die Fans haben nahe eine sehr beteiligende, während viele Fans aus der Community der Herrassens ihrer Entscheidung nachvollziehen können und von positiven Erfahrungen berichten, gibt es auch einige, die das wahr kritisieren. Einige von ihnen sprechen sogar von Körperverletzung. Andere behaupten, konstruktive Kritik zu löschen ist tatsächlich überwiegend aber die positiven Reaktionen auf das Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020